Ja, einen schönen späten guten Abend, liebe Fußballfans. Lange Zeit stand es im Spiel zwischen Italien und Österreich 0 zu 0. Kurz vor dem regulären Spielende erzielte Österreich ein Tor, was allerdings abseits war. Und jetzt steht es in der 105. Minute 2 zu 0 für Italien. Es sieht alles danach aus, als ob die Trainer den Dänen ins Viertelfinale folgen würden. Aber wir bleiben gespannt.